So, ich bin's nochmal, euer Sreelpay und ich möchte nochmal kurz ein Infovideo raushauen. Dieses Wochenende kommen keine Videos mehr, das heißt Samstag und Sonntag, also heute Samstag, Morgen Sonntag. Vielleicht mache ich Sonntag noch ein kleines Special, das heißt ein Tutorial, das muss ich aber mal schauen. Ab nächster Woche geht es dann wieder regulär los mit TechTown, 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 ETA, 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 ETA und so weiter und so fort. Wie ich und Phipps haben schon alles aufgenommen, heute Freitagnacht, es ist jetzt 23.38 Uhr und das Video wird morgen am Samstag kommen. Und ja, ab Montag geht es dann los mit dem regulären Uploadplan, ihr seht den hier nochmal eingeblendet. Und das ist nur ein Infovideo, dass jetzt Samstag und Sonntag keine Folge TechTown oder sonst was kommt. Okay, das war's auch schon, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.